Ich will jetzt eigentlich nur ein bisschen weiter hier machen. Och, ein Bücherkarren. Echt, wie... Wie geil. Ich hab euch gar nicht gesehen. Guter Abend, um Götterfett zu sein. Ich weiß alles über die Stadt und bla bla. Bestimmte Personen, bestimmte Orte. Nee, gerade nicht. Aber was ist das denn? Bücherkarren? Der seltsame Fall des Baltic wird gerade in diesem Roman... Allein, dass wir nur so einen Scheiß hier hinstellen. Wie geil. Du kannst ja echt jeden Scheiß entdecken. Muss ich schon irgendwas reparieren? Ja, aber verkaufen kann ich. Kann man hier auch Instant-Schrott verkaufen. Also die Sachen, die man nur zum Verkaufen hat. Dann weiß man auch, was nachher noch sinnvoll ist. Das finde ich auch gut gemacht. Jetzt kann ich hier noch rein. Oh, möchte die Geschichte fortsetzen auf dem Wege der Besserung. Joa, ich probiere es einfach mal, auch wenn das jetzt für Stufe 3 ist. Ich hoffe, ihr kommt jetzt nicht zu einer Kneipenschlägerei und ich werde hier Instant weggebasht. Ja, und jetzt muss man ja Faxe natürlich schreiben. Alter, Leute! Ihr müsst mich unbedingt hier besuchen. Komm, wie geil ist das bitte? Wie geil. Ob man da oben rauf kann? Irgendwo bestimmt. Weil ich mein... Alter! Dann lass mich mal hier irgendwie durch. Auch weil ich jetzt über deinen Stand springen muss. Weiter gehen! Wer kein Freund von Ted Rübennase ist! Wer kein Freund von Ted Rübennase ist! Ich bin Ted Rübennase! Nimm mich ernst! Can't take you serious! Ich will eigentlich nur zu Petra, nicht zur Rübennase. Das ist also Petra. Petra. Ich höre, ihr seid auf den Beinen, aber trotzdem in Sorge. Mir geht's gut, danke, dass ihr gekommen seid. Ihr wisst, ich liebe euch und euren Vater, aber ihr sorgt euch zu viel. Ihr geht einfach zu viele Risiken ein. Kleine, Mund zu! Bringt mir lieber was zu trinken! Gib nichts mehr! Ich denke, ihr habt genug, Freundchen! Gib nichts mehr! Ich will euch nichts zum Krüppel schlagen, Alter! Ich will euch nichts zum Krüppel schlagen, Alter! Schafft Bier her! Und zwar aufs Haus diesmal! Lass meinen Vater hässlicher Schrat! Lass mich meinen Vater hässlicher Schrat! Sonst kriege ich diese Haufen! Hässlich? Na, warte, Schätzchen! Okay, es gibt doch ne Kneipenschlägerei. Ich hab's ja geahnt, irgendwie. Wer hat das hier genannt? Schrittknutscher? Skritschnut... Ah, Skritschnutscher! Ja, ich hau jetzt erstmal hier die Banditen lieber um. Was muss ich denn machen? Verfolgt Ted und seine Truppe und besiegt sie. Die Truppe mach ich jetzt... Das ist Großstadt, Johnny. Okay. Merkwürdigen Namen. Achso, ich sollte mal vielleicht auch mal andere Fähigkeiten benutzen. So, und wo ist jetzt der andere? Oben? Aber, hey, das sag ich nicht. Wo ist denn jetzt hier der Rübennase-Typ? Großstadt, Johnny. Und die hab ich sogar getötet anscheinend. Sieht ein bisschen tot aus. Ich geh mal raus und guck mal da, ob da irgendwie der Johnny rumgammelt. Ne, Ted heißt der, Rübennase. Verfolgt Ted und seine Truppen. Ja, wohin denn? Wo sind denn die? Sind die noch oben? Also der grüne Stern ist... Ach hier. Dann geh ich mal hoch. Oh, Achtung. Der La-Lux-Auge. Ja. So, ich hab jetzt natürlich noch nicht so viele Fähigkeiten, aber ich glaub, ich werd auch mal ein bisschen Wasser benutzen. Da fehlen mir auch noch... Oh, die Kraft des Ozeans. Und Fraps macht eine neue Datei. So. Zappel Jakob. Ich bin Zackel Jakob. Okay, die Namen sind schon mal... Ich weiß nicht, ob sie das ernst genommen haben. Aber... Wenn ja, dann bin ich ein bisschen verwundert, dass die so komische... Ach so. Ihr seht's übrigens. Das sind nicht nur einfach Wasserattacken. Die bringen so einen Debuff auf ihn. Die in Schwächen. Jetzt, wenn ich jetzt auf Feuer wechsle, mal sehen, dann müsste Feuer theoretisch mehr Schaden machen. Feuer ist, glaub ich, auch der einzige Zauber hier, in der... Dingsens... Der keinen Debuff bringt. Und der bringt stattdessen... Nö. Nur Feuer. Okay. Jetzt sind's auch die Falle Breitzeit abgekriegt. So, hier hab ich noch einen anderen Zauber. Heilt euch und gewährt euch einen Segen. Basis eurer Anstatt Macht, Regeneration, Eile oder Schutz. Ja, Luft und Erde fehlen uns. Machen wir mal in Feuer gleich. Kommt, wir spielen wir auch damit. Kommt, wir spielen wir auch damit. Ich fange an. Wieso du? Uh-ha. Ja, gleich. Sonne. Ihr seht auch, der haut ziemlich hart zu da mit seinen... Mit seinen... Eben hat er da irgendwie fast 50 Schaden gemacht oder was? Ja, irgendwie so. Ich bin jetzt schon am Limit. Ich mach mal lieber Wasser an. Und benutze diesen Zauber hier. Damit krieg ich nämlich Regeneration. Okay, ach, das ist jetzt nicht wirklich viel. Aber immerhin bin ich fast wieder voll. Dann seht ihr, Feuer ist auf Cooldown. Das kann ich aber gleich wieder anmachen. Jetzt. Und so kann... Und ihr seht das ja auch. Ich bin erst Level 2. Und er war Level 4. Und so kann ich ihn dann tatsächlich trotzdem besiegen. So, ja. Was tut? Äh, Peter und Andrew. Ui. Also die Physik hier... Äh, Physik finde ich jetzt noch nicht... Hä? Gibt's denn runter hier. Finde ich jetzt nicht so gut. Hier? Ja. So mit diesen Pfeilen. Das geht irgendwie ein bisschen schnell, aber... Naja. Naja. Nein, der so heldenhaft an meiner Seite gekämpft hat. Ich bürge für den Held von Schemore. Hm. 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 Meldet man's mal heute eben, ne? Sonst verrückt uns hier der Alte noch. Oh. Ich kriege hier einen neuen... So. Ähm. Wichtig bei diesem Spiel ist... Also ist mir aufgefallen, ähm... Dass ihr guckt, was ihr für Werte habt. Also momentan habe ich am meisten Kraft. Und am besten bin ich immer durchgekommen, wenn ich nicht nur auf Kraft gegangen bin. Also Schaden. Weil das hier... Also Kraft erhöht den Angriff, den Schaden. Auch von Zaubern. Präzision erhöht die kritische Trefferschanze. Zähigkeit erhöht die Verteidigung. Also dass man weniger Schaden kriegt. Und Vitalität erhöht die maximalen Lebenspunkte. Dass man mehr aushält quasi. Ich bin so vorgegangen am Anfang, dass ich immer auf Kraft gegangen bin. Habe auch relativ viel Schaden gemacht. Aber, ähm... Das hat sich nachher nicht so ausgezahlt, weil ich einfach so voll umgekippt bin. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen auf Vitalität... Gehen? Oder auf Zähigkeit? Auf Zähigkeit. Fertig damit. Luft. Oh, wir können jetzt auch Luft benutzen. Luft. Ja. Ähm. Achso, und da wir ja noch in der Instanz sind, gehen wir jetzt hier mal raus. Soweit erstmal mein erster Eindruck der Menschen bei Guild Wars 2. Also, ehrlich, ähm... Alter, diese Stadt, wie geil. Ja, soweit dann erstmal. Ähm, dann sag ich... Okay, man sollte nicht allen die Freiheit lassen, ihre Kleidung zu bestimmen. Ich weiß ja nicht. Also, ob das euer Geschmack ist, aber... Äh... Alter. Ja. Ähm, ja, jedenfalls erstmal soweit. Und, Alter, diese Stadt ist ja mal der Hammer. Wie geil ist das hier bitte gemacht? Ich... Ich... Ja, ich mach jetzt hier Schluss. Und dann sehen wir uns später, denn...